Rolle in der Nickelodeon-Serie Nicky, Ricky, Dicky und Dawn bekannt geworden. Vier Staffeln sind insgesamt von dem TV-Hit produziert worden, die letzte erschien im Jahr 2018. Doch die Karriere von Lizzie hat nach dem Ende der Serie erst so richtig begonnen. Darüber sprach sie jetzt auch im Interview mit dem Bello-Magazin und verriet, Ich muss sagen, dass es die beste Zeit meines Lebens war, bei Nickelodeon zu sein. Aber als ich genau 15 Jahre alt geworden bin, bin ich der Sache entwachsen. Und als ich zu ABC gegangen bin, war ich auch 15 Jahre alt und ich habe das Gefühl, dass mein Schauspiel und meine Arbeit mit mir gewachsen sind, weshalb mir der Übergang sehr leicht gefallen ist. Bei ABC ist die inzwischen 16-Jährige in der Serie A Million Little Things zu sehen, von der bereits zwei Staffeln existieren. Doch es ist nicht allein ihr eigener Verdienst, sich weiterentwickelt zu haben, weshalb sie von ihren Kollegen ins Schwärmen geriet. Ich bin Teil eines wundervollen Casts. Es ist jeden Tag so, als würde ich zu einer Masterclass gehen. Und zwar. Und zwar.